Autark ist unser Forschungsprojekt mit dem Biber, mit einer Automatisierungsfirma Arendt und wir haben dort die Mensch-Roboter-Kollaboration untersucht und dort versuchen wir in der Transformatoren-Montage ein kollaboratives Arbeiten zu ermöglichen. Wir haben bei uns natürlich auch einige Herausforderungen. Wir müssen nicht nur unsere Transformatoren günstiger, schneller und mit höherer Qualität produzieren, sondern wir haben auch das Thema Gewichte und die Menschen haben zunehmend Probleme mit Muskel-Skelett-Erkrankungen und wir wollen unsere Mitarbeiter hier schützen. Auch war es damals so, dass es Schwierigkeiten gab, junge, neue Mitarbeiter für solche Arbeiten überhaupt zu gewinnen. Und damals, als es begann, sind wir einfach mal ins Biber, ins Institut Biber in Bremen gegangen und haben diskutiert und dann war relativ schnell klar, was eine interessante Idee wäre. BLOCK ist ja schon immer in der Forschung aktiv gewesen. Wir haben seit zehn Jahren eine Grundlagenforschung. Dort haben wir zwei Doktoranden und weitere wissenschaftliche Mitarbeiter. Wir beschäftigen weiterhin so immer zwischen drei und sechs Studenten, die für uns Abschlussarbeiten im Bereich Bachelor, Master machen. Und wir haben natürlich noch eine Kooperation mit allen Universitäten, die es so in unserem Bereich relevant in Deutschland gibt, wo auch Studenten teilweise etwas für uns tun oder Professoren. Wir haben herausgefunden in diesem Projekt, dass wir durch die Kollaboration bis zu 40 Prozent schneller arbeiten können und auch die Fehler deutlich reduzieren bei der Transformatoren-Montage. Hinzu kommt, dass wir eine Ergonomie-Studie mit Leitwert-Merkmalmethode durchgeführt haben und der Wert war viel, viel besser als vorher, sodass wir jetzt nicht mehr körperlich anstrengende Arbeiten haben, sondern diese Arbeiten von jedermann gemacht werden können. Ja und wir werden jetzt überlegen, das wirklich in unserer Fertigung zu integrieren, vielleicht noch in einer modifizierten Form und wir werden uns weiter mit den Projektpartnern und anderen Partnern jetzt überlegen, welche Folgeprojekte machen Sinn. Denn das Thema hat Lust auf mehr gemacht.